Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Carbonsäureamide. Bevor wir zum Thema kommen, möchte ich euch einige Grundbegriffe nennen, die ihr zum Verständnis dieses Videos kennen solltet. Was ist ein Säurechlorid? Was ist Ammoniak? Was ist Ammoniumchlorid? Worum handelt es sich bei einer Carbonsäure? Was ist eine Hydrolyse? Eine saure oder eine basische, alkalische Hydrolyse? Der Film ist folgendermaßen gegliedert. 1. Herstellung 2. Misomerie und Reaktion 3. Reaktion Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.